Manchmal veröffentliche ich jeden Tag ein Video und manchmal lange Zeit nicht. Heute werde ich dir nicht nur erzählen, warum dies so ist, ich werde dir auch ein paar Tipps geben, wie du deine Kreativität fördern kannst. Hallo, liebe Deutschlerner! Ich bin Marc und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Das ist so toll, das ist so geil! Ich klappe! Es fühlt sich einfach richtig toll an dir. Im letzten Video habe ich dir all die Projekte vorgestellt, an denen ich arbeite. Manchmal bin ich sehr von einem Projekt begeistert und ich möchte dann nichts anderes machen, als an diesem einen Projekt zu arbeiten. Ich habe gelernt, dieser Anziehungskraft eines Projektes nicht zu widerstehen und meine Leidenschaft für ein Projekt zu nutzen, um es voranzutreiben. Wenn das bedeutet, dass ich keine Videos mehr erstelle, dann sei es so. Und ich möchte meinen Fluss nicht jedes Mal unterbrechen, wenn das passiert und irgendwie ankündigen, dass ich eine Pause mache. Ich mache einfach Videos, wann immer ich Lust habe, sie zu machen oder wenn ich denke, sie sind notwendig, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen. Schließlich sind sie kostenlos und ich muss für mich leben. Wenn ich denken würde, ich müsste diese Videos für euch machen, würde ich einfach mit der Zeit verbittert werden. Ein Video zu erstellen dauert ca. 10 Stunden. Und nur wenn ich es mit Leidenschaft und Kreativität mache, wird es ein gutes Video. Eine Person wollte, dass ich jede Pause ankündige als Bedingung dafür, dass er mir Geld spendet. Das kann ich nicht. So funktioniert meine Kreativität nicht. Ich kann nie wissen, wie lange ich Kreativität tanken muss. Außerdem mache ich nie wirklich eine Pause. Ich lade nur keine Videos hoch. Andere Projekte benötigen meine Aufmerksamkeit. Denn Authentic German Learning ist mehr als nur Videos. Siehe mein letztes Video. Bei meinen Produkten ist es natürlich anders. Du zahlst und ich garantiere dir einen vordefinierten Wert. So funktioniert es. Ich habe gesagt, dass ich dir Tipps geben werde, wie du deine Kreativität fördern kannst. Nun, lass mich meine Meinung zusammenfassen, die ich ja schon preisgegeben habe. Ich denke, man sollte seine kreative Seite nicht unter Druck setzen. Die kreative Seite ist wie ein Wunderkind, das wunderschöne Kunst produziert. Meinst du, das Kind würde wunderschöne Kunst produzieren, wenn du es dazu zwingen würdest? Nein. Finde Wege, Kreativität zu sammeln. Ich mache dies, indem ich spazieren gehe oder mit Leuten rede. Oft lebe ich meine Kreativität auf anderen Wiegen aus. Wenn ich Videos mache, sammle ich zum Beispiel bewusst und unbewusst Ideen für meine Kurse und andersrum. Man weiß nie, wann eine Eingebung kommt. Deshalb rate ich, stets bereit zu sein, eine Idee aufzuschreiben und ein System zu haben, diese Ideen umzusetzen. Schließlich braucht man eine kleine Prise Disziplin. Irgendwie muss man ja anfangen und der Appetit kommt beim Essen. Deshalb mache ich manchmal Videos, wenn ich mich nicht ganz 100 Prozent danach fühle. Hauptsache, ich bin zu 100 Prozent mit dem Resultat zufrieden. Das war mein Video über Kreativität. Was machst du, um Kreativität zu tanken? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Tschüss und bis zum nächsten Mal! Möchtest du, dass ich weniger Pausen mache? Mit monatlichen Spenden kannst du sicherstellen, dass ich mehr Zeit damit verbringen kann, Deutsch lernen Videos zu erstellen. Bitte besuche AuthenticGermanLearning.com und unterstütze dieses Projekt. Spenden helfen enorm! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Musik Musik Bis zum nächsten Mal.